Willst du zum Hinsitzen? Nein! Super! Danke vielmals! Singen, singen! Michal singen! Halleluja! Michal singen! Ich singe nichts! Das geht noch mal! Das ist doch ein Lippo! Stefan! Stefan! Stefan, machen wir mal! Stefan! Wir machen die größten Drip, oder? Genau! Ja! Oh mein Gott! Was passiert mit Michael? Ja, genau! Was ist denn da? Was ist denn da? Was ist denn da? Ich habe ein Hausanlag! Wie? So flach? Nein! Warte! Ich habe ein Hausanlag! Ich habe kein Bipop! Ich habe kein Bipop! Ich kann nicht hinfassen! Nein, Bipop! Das ist einfach mein Handwerk! Ich kann nicht hinfassen! Ich kann nicht hinfassen! Wer will ich richtig so nicht schlafen? Michael! Armin? Hey! Schau! 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 Du hast geschafft! Super! Geh ich auch mit den Händen? Es gut machen! Ja, voll! Ja, das ist schon gerne! Ich hab' einen Händen! Ich hab' einen Händen! Das ist Kabuki, weißt du? Nein, nein! Ich hab' einen Händen! Ja, Mann! Das ist Kabuki! Was ist denn? Ich hab' einen Händen! Ja, Mann! Ich hab' einen Händen! Ja, mein Mann! Ich hab' einen Händen! Ich hab' einen Händen! Ich hab' einen Händen! Jeeeeeey! Jeeeey! Jooooooo! Ich hab' mir einen Händen. Vielen Dank. Wir kommen zu unserem Nachmittagsprogramm. Nachmittagsprogramm bedeutet, dass wir für die, die es nicht kennen, eine runde Bierfunktion spielen. Geht ihr zwei Tische mit? Regeln sind relativ selbsterklärend. Es gibt auch ein paar erfahrene Instruktoren. Nein! Wenn wir sagen, wir stellen mal auf und die, die Lust haben, können mitmachen. Wir müssen nicht. Ich hätte auch noch zwei Tische gegeben. Es ist schon kurz vor dem Essen. Ein Video. Ein Video. Ein Video.